Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute werdet ihr lernen, wie ihr euren Facebook-Namen ändert. Facebook ist eines der beliebtesten sozialen Netzwerke heutzutage. Wenn ihr bereits einen Facebook-Account habt und nicht mehr mit eurem Namen zufrieden seid, dann könnt ihr diesen ganz einfach ändern. Öffnet das Menü, indem ihr oben rechts auf dem Pfeil klickt. Wählt Einstellungen und Privatsphäre aus. Klickt dann hier auf Einstellungen. Hier klickt ihr auf Bearbeiten. Nun könnt ihr einen neuen Vor- und Nachnamen eingeben. Beachtet, dass ihr euren Namen anschließend für 60 Tage nicht mehr ändern könnt. Klickt anschließend auf Änderungen überprüfen. Hier könnt ihr nun nochmal sehen, wie euer neuer Name bald angezeigt wird. Wenn alles in Ordnung ist, bestätigt ihr den Vorgang mit eurem Passwort. Klickt zum Schluss auf Änderungen speichern. Geschafft! Euer Nutzername wurde nun geändert. Über welche Facebook-Funktionen möchtet ihr mehr erfahren? Wenn euch dieses Video gefallen hat, nehmt euch kurz Zeit, um es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.